So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schirmt den Ball gut ab. Ball läuft gut jetzt. Jetzt da hinten der Keeper mit dem Ball. Schön gemacht, Ball weiter im Spiel. Hereingabe in die Mitte. Das war eine gute Chance, aber jetzt der Abstoß. Sie rücken schön nach, bieten Sie an. Super Pass. Steilpass findet Haaland. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Jetzt die Ecke. Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seinfaltzieher macht er es akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz. Schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Und dann geht's. Aber dann. Da geht's. Oh, er ist die Ecke. Oh! 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 Oh!